Hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Video Tutorial zu leitstellenspiel.de Heute möchte ich euch den Stand der Krankentransporte zeigen und habe im Anschluss auch noch eine Frage an euch Wie man etwas speziell umsetzt Ich habe im letzten Video ja gesagt, dass die Krankentransporte hier unter den Einsätzen erscheinen Und da haben einige Spieler zu Recht im Forum geschrieben, dass das ja relativ viel Scrollerei wäre Und dass das ja nicht so schön wäre und ob man sich dafür nicht eine andere Lösung einfallen lassen könnte Und ein anderer Spieler hat daraufhin gesagt, man könnte doch die Funksprüche halbieren Und die Krankentransporte dafür links daneben anzeigen Und das habe ich jetzt mal testweise gemacht Ob das wirklich so ins Spiel kommt, dazu später Also wie gesagt, testweise sind jetzt hier die Funksprüche halbiert Und die Krankentransporte auf der linken Seite links daneben So dass das untereinander, aber unabhängig voneinander ist Ob das so bleibt, wie gesagt, reden wir jetzt drüber Das war aber nicht der einzige Vorschlag, sondern man kann das ja auch noch anders lösen Und zwar ist es so, dass wir bei den Wachen hier oben ja so eine Art Reitersystem haben Zum Beispiel haben wir hier die Feuerwehren, die wir einzeln ein- und ausschalten können Wenn wir da jetzt draufklicken, dann verschwinden alle Feuerwehren aus der Liste Und wir haben nun die Rettungswachen, Polizeistationen etc. Kleiner Tipp übrigens, wenn man hier oben doppelt draufklickt Auf einen Knopf, zum Beispiel hier auf die Polizei Und dann wird alles andere ausgeblendet und nur noch die Polizei ist ersichtlich Genau das könnte man auch hier oben machen Dass man sagt, was weiß ich, man hat die Einsätze Die Notfalleinsätze, dann die Krankentransporte Und dann, was weiß ich, die Verbandseinsätze etc. So dass man hier dann praktisch mit diesen Knöpfen auch hin- und herschalten könnte Ja, das ist praktisch so ein bisschen eure Sache Was wünscht ihr euch da? In welche Richtung soll das gehen? Da habe ich noch nicht so richtig das Gefühl, was da die richtig gute Lösung ist Da seid ihr gefragt, bitte schreibt es bei Facebook, bei YouTube oder ins Forum Ich lese mir das alles durch, schaue mir da so ein bisschen die Kommentare an, die Argumente Und ja, bin dann gespannt, was ihr da sagt, was ihr da präferiert So, weiter zu den Krankentransporten Ein Krankentransport gibt es im Moment auf zwei Arten im Spiel Und zwar, dass ein Patient von zu Hause abgeholt werden muss Und in ein Krankenhaus gebracht werden muss Oder von einem Krankenhaus abgeholt werden muss Und nach Hause gebracht werden muss Diese zwei Arten gibt es aktuell Später kommt noch mehr hinzu Was weiß ich, vom Krankenhaus zum Krankenhaus Oder vom Arzt irgendwo Oder ich weiß es nicht, später mehr Erstmal müssen wir das erste machen Bevor wir das zweite machen können So, diese zwei Arten gibt es aktuell Und da ist ja im Moment noch viel zu tun Aber was ist denn überhaupt ein Krankentransport? Ein Krankentransport ist ein Transport eines Patienten Ohne Sonderrechte und ohne Arzt Das heißt, ihr braucht da keinen Notarzt für Oder irgendeinen normalen Arzt Es ist einfach nur der Transport Im Prinzip, wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen Das etwas bessere Taxi-Unternehmen Für Kranke halt Und weil das Ganze ohne Sonderrechte ist Und weil da kein Arzt dabei ist Gibt es dafür 130 Credits Für jeden Patienten, den ihr einliefert Beziehungsweise nach Hause bringt Ganz wichtig dabei zu sagen ist noch Dass die Patienten, die ihr in ein Krankenhaus bringt Da keinen Platz in der Notfallaufnahme einnehmen Weil die Betten in der Notfallaufnahme Sind nur für Notfallpatienten Unser Kranker, der ist aber kein Notfall Deswegen nimmt er hier in dem Krankenhaus Würde der keinen Patient hier Keinen Platz einnehmen in der Notaufnahme So Das war es erstmal dazu Jetzt kurz zum Stand Es ist jetzt so Wie gesagt Krankentransporte erscheinen jetzt hier schon bei mir In der Entwicklungsversion Die haben jeweils einen Startort und einen Zielort Die Alarmierungsmaske ist schon so ein bisschen angepasst Aber noch nicht so zu 100% Ich bin da wie gesagt noch dran Ist ja auch noch eine Menge zu tun In der Alarmierungsmaske ist es jetzt schon so Warum, dass wirklich nur die Rettungsdienstfahrzeuge angezeigt werden Weil es macht hier keinen Sinn Irgendwelche Feuerwehrfahrzeuge anzuzeigen Deswegen Ja Nur die Rettungsdienstfahrzeuge Ihr seht vielleicht hier auch direkt Dass man die Einsätze gar nicht mehr im Verband freigeben kann Richtig Krankentransporte wird man nicht im Verband freigeben können So viel erstmal zum Stand der Entwicklung Wie gesagt Eure Meinung würde mich interessieren Wie ihr das umgesetzt haben wollt Ob ihr das hier so getrallend haben wollt Dass die Krankentransporte hier sind Die Funksprüche dadurch etwas kleiner werden Oder wie ihr das allgemein haben wollt Das würde mich brennend interessieren Bitte schreibt es in die Kommentare Beziehungsweise ins Forum Oder bei Facebook Ganz kurze Sache noch zu mir Wie gesagt Ich werde am Montag nicht im Büro sein Zwecks meines Geburtstages Ich hoffe ihr habt da so ein bisschen Verständnis für Und ich würde sagen Ja Ich bin gespannt auf eure Kommentare Wünsche euch jetzt schon mal Ein ganz ganz tolles Wochenende Viel Spaß mit eurer Familie Freunden Sonst wem Viel Spaß beim Spielen Und würde sagen Wir hören uns die Tage wieder Bis dann Danke Ciao